Ich habe mir einen Ford Ranger gekauft, weil ich ihn mir fucking nochmal leisten kann, weil ich ihn haben wollte und weil es mein Auto ist und jetzt haltet die Fresse. Ganz ehrlich, ich darf mir die ganze Zeit anhören, das war doch unnötig, dass du das gekauft hast. Ob das unnötig war, entscheidet nur ein einziger Mensch auf der Welt und das bin ich. Und wenn ihr jetzt nicht Ruhe gebt damit, fliegt jeder raus und das gilt ja auch für die Mods bitte dann. Es fliegt jeder dann raus, ja, und wenn er dann nur ein Timeout kriegt erst einmal, fliegt jeder raus, der mich mit diesem Ford Ranger nervt. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich ihn mir leisten kann, weil es mein Auto ist und weil ich ihn will. Und wem das nicht passt, kann von mir aus zur Hölle fahren. Jetzt habe ich mal langsam die Schnauze voll, immer mit mir mal 10.000 Jahre lang diskutieren. Es ist mein Auto, basta, wenn ihr ihn euch nicht leisten könnt, dann hört auf rumzuheulen.